Karl Olzberg Für dich, die du mir vergeben hast, in Liebe und Dankbarkeit. Unter allen Fährten in diesem Leben gibt es eine, die am meisten zählt. Es ist die Fährte, die zum wahren Menschen führt. Michael Blake 1 Es dauerte einen Moment, bis sich Andrins Augen an die Dunkelheit im Inneren des Wirtshauses gewöhnten. Doch die intensiven Gerüche drangen ihr sofort in die Nase. Das säuerliche Aroma schalen Bieres gemischt mit Schweiß, harzigem Holz und dem beißenden Rauch der Feuerstelle, der nur unvollständig durch den Abzug darüber entwich. Allmählich nahm sie die Konturen des Raumes wahr, der nur vom Feuer und einer einzigen trüben Öllampe beleuchtet wurde. Vier grob gezimmerte Tische vor einem Schrank Tresen, der nicht viel mehr war als ein flaches Brett, das über einem großen Fass zwischen zwei Holzbalken genagelt war. Darüber eine halb eingezogene Decke auf der Stroh lagerte. Vermutlich wurde sie hin und wieder von Gästen als Nachtquartier genutzt, die sich dafür allerdings eine wackelige Leiter hinaufwagen mussten. Ein Mann mit einem blau-gelb gestreiften Wams und einem dunkelgrünen Überhang stand neben der Feuerstelle. Eine Pergamentrolle und eine Lederbeute in der Hand, flankiert von zwei grimmigen, dreinblickenden Soldaten. Er stockte mitten in der Rede, die er gerade gehalten hatte, und starrte Andrein irritiert an. Die anderen Gäste wandten sich hier ebenfalls zu. Drei Männer in der einfachen Kleidung der hiesigen Bauern drängten sich um einen der Tische. Im zweiten saß ein weißhaariger Mann, der nur eine schlichte, dunkle Kutte trug. Das eiserne Symbol des Baumes, das an einem Lederband um seinen Hals hing, wies ihn als frommen Mann aus. Ein Pilger vielleicht, oder ein Mönch, der versuchte, das heilige Wort in dieser entliegenden Gegend zu verbreiten und die Seen der Bauern vor der Verdammnis zu retten. Am dritten Tisch saß ein äußerst ungleiches Paar. Ein breitschüttriger Mann, dessen Brustpanzer im Licht des Feuers glänzte, neben einem glatzköpfigen Riesen, dessen Knie nicht unter den Tisch passten, so dass er Breitbein nicht davor kauern musste und dessen Kopf selbst, in dieser gebeugten Position, fast an die niedrige Decke stieß. Der Gast am vierten Tisch saß im Schatten neben der Feuerstelle und hatte zudem die Kapuze seines schwarzen Umhangs über den Kopf gezogen, so dass Andrin sein Gesicht nicht erkennen konnte. Auch der Wirt, der gerade dabei gewesen war, einen Krug mit einem schmutzigen Lappen auszuwischen, hielt in seiner Bewegung inne. Einen Moment lang herrschte Stille. Andrin kam sich vor, als wäre sie unangemeldet in die Sitzung einer jenen Geheimgesellschaft geplatzt, die es angeblich in einer fernen Hauptstadt des Reiches gab. Ihr wurde auf unangenehme Weise bewusst, dass sie die einzige Frau im Raum war. Nicht, dass man ihr das auf Anhieb angesehen hätte. Ihre flachen Brüste wurden von ihrer ledernen Jacke verborgen, und anstelle eines Kleides trug sie eine moosgrüne Hose und Stiefel aus weichem Leder. Ihr dunkelbraunes Haar hatte sie zu einem Zopf zurückgebunden. »Setzt euch endlich, damit ich fortfahren kann!«, haschte sie der Redner an. Keiner der Tische war mehr frei, also musste Andrina eine Entscheidung treffen. Der Mann in der glänzenden Rüstung lächelte ihr zu. Er sah gut aus, mit gewähltem, hellen Haar, blauen Augen und einem kurzgeschorenen Bart, der sein kantiges Kind zierte. Doch sein riesiger Begleiter mit den winzigen schwarzen Augen in dem aufgedunsen wirkenden Gesicht war ihr unheimlich. Am Tisch der Bauern war kein Stuhl mehr frei, und die dunkle Gestalt in der Ecke wirkte wenig einladend auf sie. Also legte sie ihren Schulterbeutel neben dem Alten in der Mönchskutte auf den Boden, nahm den Bogen aus geöltem Birkenholz und den aus Rinde geflochtenen Köcher vom Rücken und lehnte sie an den Tisch, bevor sie sich zu ihm setzte. Der Alte nickte ihr nur kurz zu und wandte seine Aufmerksamkeit wieder dem Mann mit dem Pergament zu. »Wie ich schon sagte, muss die Aufgabe bis zum Sonnenuntergang des zehnten Tages, beginnend ab morgen, erledigt sein. Sollte jemand bis dahin den Kopf der Bestie hierher bringen, so erhält er die Belohnung, die mein Herr ausgesetzt hat.« Er hielt den Lederbeutel hoch und schüttete ihn, sodass man das Klimpern von Münzen hören konnte. »Hundert Silberkronen für den oder diejenigen, die dieses Land von dem Fluch des Monsters befreien!« Andrin schnappte nach Luft. »Hundert Silberkronen!« »Wer von euch ist bereit, die Herausforderung anzunehmen?« fragte der Mann und hielt noch einmal den Geldbeutel hoch. Andrin zögerte. Schon ein Bruchteil der Belohnung würde ausreichen, um ihr Problem zu lösen. Andererseits musste es sich um eine wirklich schwierige Aufgabe handeln, wenn eine so hohe Summe dafür ausgesetzt wurde. Doch sie hatte keine Wahl. Gerade als sie ihre Hand heben wollte, stand der Mann in der Rüstung auf und verbeugte sich leicht. »Mogrul und ich werden euch den Kopf des Untiers bringen, wo immer es sich versteckt haben mag,« sagte er mit wohlklingender, tiefer Stimme. »Mogrul«, grühte der Riese zur Bestätigung und blöste eine Reihe schiefergelber Zähne. »Und ihr seid?« fragte der Auftraggeber. »Kamai, Schwertmeister aus Darf am Grauen Meer, zu euren Diensten. So wie mein treuer Begleiter Morgrul. Seid gewiss, dass dies nicht die erste Bestie ist, die wir zur Strecke bringen.« »Morgul«, brühte der Riese erneut. Enttäuscht senkte André in den Kopf. Natürlich hatte sie nicht erwartet, dass sie die Einzige sein würde, die an dem Auftrag Interesse hatte, als der fahrene Händler vor drei Tagen in ihrem Heimatdorf davon erzählt hatte. Aber sie hatte gehofft, sich einer Gruppe von Jägern hier aus der Gegend anschließen zu können, die vielleicht für eine geschickte vierten Leserin Verwendung hatten. Dieser Kamai jedoch sah nicht aus wie jemand, der ihre Unterstützung nötig hatte. Es riecht nicht, wo er in Begleitung eines Riesen war. Zu ihrer Überraschung erhob sich nun der Geistliche und verbeugte sich ebenfalls. »Mein Name ist Lovias«, sagte er. »Auch ich nehme die Aufgabe an.« »Das ist nett von euch, alter Mann«, sagte der Schwertmeister. »Doch seid versichert, dass wir eurer Hilfe nicht bedürfen.« »Der Gehängte sagt, diejenigen aber, welche meine Hilfe nicht suchen, haben sie am nötigsten«, erwiderte der Atte ruhig. »Wir mögt aus eurem heiligen Buch zitieren, so viel ihr wollt, doch glaubt mir. Ich habe Erfahrung mit solchen Aufgaben. Wir werden dies allein erledigen.« »Die Belohnung gilt dem oder denjenigen, die mir den Kopf der Bestie bringen«, sagte der Mann mit dem Geldbeutel. »Jeder, der sich auf die Jagd begeben möchte, kann dies tun. Ob ihr dabei gemeinsam oder getrennt vorgeht, bleibt euch überlassen.« Der Alte nickte und setzte sich wieder. »Na schön, wie ihr wollt«, sagte Kamei. »Aber erwartet bitte nicht, dass Morgul nicht auf euch warten oder uns sogar um euch kümmern, wenn ihr euch die müden Knochen verrenkt oder über einen Ast stolpert und euch den Schildern einem Stein einschlagt.« »Morgul«, brüllte der Riese und donnerte mit der Faust auf den Tisch, dass die Bierkrüge hüpften. »Möchte sich noch jemand auf die Jagd begeben?«, fragte der Mann mit dem Geldbeutel. Andrin holte tief Luft und stand auf. »Ich«, rief sie mit krächtzender Stimme und bekam vom Rauch in der Luft einen Hustenanfall. »Ich, ähm, werde auch mitgehen.« »Ihr?«, fragte der Mann mit dem Geldbeutel unglaublich. »Seid ihr nicht noch ein wenig zu jung für solch ein Abenteuer, Junge?« Andrin spürte, wie sie rot anlief. »Ich bin kein Junge«, sagte sie. »Mein Name ist Andrin aus dem Dorf am Birkenhain.« »Das wird dir immer besser«, rief der Schwertmeister. »Erst ein alter schwacher Pfaffe und jetzt auch noch eine Frau.« Er sah sie abschätzend an. »Was glaubt ihr, qualifiziert euch für eine so gefährliche Aufgabe?« Andrin richtete sich auf, so gut sie konnte, und nahm die Schultern zurück. Nervös betastete sie den Dolch, der in einer Lederscheide an ihrem Gürtel steckte. Ein Geschenk ihres Vaters. »Ich, ich bin die beste Jägerin unseres Dorfes«, sagte sie. »Ich habe sogar einmal einen Braunbären erlegt.« »Tatsächlich, einen echten Braunbären«, sagte Kamei sarkastisch. »Junge Frau, meint ihr nicht, ihr solltet lieber wieder auf die Jagd in eurem Birkenhain gehen, statt euch mit Monstern einzulassen, im Vergleich zu denen ein Braunbär ungefähr so gefährlich erscheint wie ein Eichhörnchen? »Ich, ich kann auch Pferden lesen«, erwiderte Andrin, »sogar ziemlich gut.« Sie spielte mit dem Gedanken, hier und jetzt das Geheimnis zu verraten, das sie noch nie jemandem anvertraut hatte, nur um das selbstgefällige Grinsen aus dem Gesicht des Schwertmeisters zu wischen. Verkniffe sich dann aber doch und schwieg. »Pferden lesen ist vielleicht nicht die nutzloseste Fähigkeit, wenn man eine Bestie jagt«, meinte Lovias und lächelte ihr zu. Andrin erwiderte das Lächeln dankbar und setzte sich wieder. Nun erhob sich auch der Mann am Tisch in der Ecke, der bisher noch kein Wort gesagt hatte. Er schub die Kapuze seines Umhangs zurück und offenbarte ein blasses Gesicht mit dunklen Augen und einem Schopf schwarzen, lockigen Haares. »Ich werde ebenfalls eine Jagdteil nehmen«, sagte er und nickte dem Auftraggeber zu. »Euer Name, Herr?« fragte dieser. »Mandalas.« »Und Herr Mandalas«, rief Kamai, »was habt ihr zu diesem Amter beizutragen? Seid ihr auch ein Bärenjäger?« Mandalas musterte den Schwertmeister schweigend. War das Sonnen sein Blick oder etwas anderes Düstereres? »Ich verstehe etwas von Kräutern und Salzen«, sagte er schließlich. »Ihr seid ein Bader«, stieß Kamai hervor. »Wollt ihr etwa die Bestie zu einem Kräutertee einladen?« »Was heilt, kann auch töten«, sagte Mandalas. Seine Stimme war ruhig und gelassen und doch schien eine unterschwellige Drohung in seinen Worten zu liegen. »Es ist alles eine Frage der Dosis.« »Das kann ja heiter werden«, meinte Kamai und schüttelte den Kopf. »Gibt es noch Fragen, bevor ihr euch auf die Jagd macht?«, fragte der Mann mit dem Geldbeutel. »Was könnt ihr uns noch über die Bestie sagen?«, wollte Luwias wissen. »Nicht viel«, gab der Mann zurück. »Niemand hat sie je gesehen und die Begegnung überlebt. Wir wissen lediglich, dass immer wieder Vieh und auch Menschen mit aufgeschlitzten Leibern gefunden werden. Manche behaupten, in der Nacht klagende Rufe gehört zu haben, wie eine Mischung aus Wolfsgeheul und dem Schrei einer Euler. Doch ob diese tatsächlich von dem Monster stammen, vermag ich nicht zu sagen.« »Könnte es sich vielleicht um besonders aggressive Wölfe handeln?«, fragte Andrin. Sie erinnerte sich schaudernd an einen besonders harten Winter. Er hat sich ein halbverhungertes Rudel ins Dorf gewagt und zwei Schweine sowie ein Hund gerissen hatte. Beinahe wäre ihm auch der alte Keist zum Opfer gefallen, der damals allein in seiner Mühle am Ortsrand gelebt hatte. »Mein Heer hat einen Trupp von fünf Soldaten ausgesandt, um die Bestie zu erledigen. Allesamt gute, kämpferprobte Männer. Keiner von ihnen ist zurückgekehrt. Nur die Kadaver zweier Pferde hat man später gefunden. Was immer sie getötet hat, war ganz sicher kein Wolf.« »Wo hat man zuletzt Spurnerbeste gesehen?«, fragte Kamai. »Erst vorgestern hat einer der Bauern nicht weit von hier eine Kuh verloren. Wenn ihr wollt, zeige ich euch die Stelle, wo der Kadaver gefunden wurde. Folgt mir!« Damit verließ ihr Auftraggeber das Wurtshaus. Andrin griff ihr Gepäck und folgte ihm. Erleichtert nahm sie einen tiefen Zug frischer Luft, als sie geblendet von der Nachmittagssonne aus dem Halbdunkel ins Freie trat. Nachdem sich ihre Augen an das Licht gewöhnt hatten, suchte sie die umstehenden Bäume ab, konnte aber keine Spur von Neik entdecken. Aber das machte nichts. Der Falke würde ihr stets folgen und kommen, wann immer sie ihn zu sich rief. Nach Andrin traten Lovias, einen langen Stab in der Hand, Kamai und Morgrul aus dem Haus. Der Riese musste auf allen Vieren kriechen, um durch die Tür zu passen. Als er sich draußen zu voller Größe aufrichtete, ragte er fast doppelt so hoch auf wie die anderen. An einer Kette über seiner Schulter hing eine gewaltige, mit Eisendorn besetzte Keule, die Andrin allein kaum hätte anheben können. Neben der Tür des Wirtshauses stand eine große Truhe aus Holz, von der Andrin bei ihrer Ankunft angenommen hatte, dass sie dem Wirt gehörte und für das Gepäck der Gäste bestimmt war. Doch jetzt griff sich Morgrul die schwere Truhe und schulterte sie mühelos. Als letzter trat Mandalas aus dem Wirtshaus, einen in eine Decke gewickeltes Bündel über der Schulter. Obwohl ein warmer Wind wehte, zog er sich die Kapuze über den Kopf, sodass sein Gesicht im Schatten lag und nur das Weiß seiner Augen daraus hervorblitzte. Sie folgten ihrem Auftraggeber durch das Dorf. Zwei Dutzend windschiefe, strohgedeckte Hütten, zwischen denen sich ein schlammiger Pfad warnt, bis zu einer umzäunten Weide, auf der sich ein paar Kühe aneinander drängten. Andrin folgte dem Beispiel ihres Führers und kletterte über den Bretterzaun, während Kamae mit einem eleganten Sprung hin übersetzte und Morgrul einfach darüber hinwegschritt, als sei dies nur ein am Boden liegender Baumstamm. Der Anblick der riesigen Gestalt schien die Kühe nervös zu machen, denn sie begann zu blöken und drängten sich noch dichter in eine Ecke der Weide. Sie überquerten die etwa 150 Schritte durchmessene Wiese. An der fernen Seite war der Holzdorn mit einigen Lattennotdürftig repariert worden. Ein paar zersplitterte Bretter lagen noch im Gras und kündeten von der enormen Wucht, mit der etwas hierhin durchgebrochen sein musste. Neben der Bruchstelle war ein großer dunkler Fleck auf dem Boden zu sehen. Ein Schwammfliegen erhob sich, als sie näher kamen. Morgrul beugte sich über den Fleck, schnüffelte, steckte einen Finger in eine kleine dunkelbraune Pfütze und leckte ihn ab. Dann tunkte er die ganze Hand in das geronnene Blut und leckte daran, bis sein Herr ihm Barscheinheit gebot. Andrin wandte sich ab, um den Anflug von Übelkeit abzuwehren, der sie bei dem Anblick und dem Verwesungsgestank überkam. »Wo ist der Kadaver jetzt?«, fragte sie. »Ich nehme an, säuberlich zerteilt und zum Trocknen aufgehängt«, gab ihr Führer zurück. Andrin sah sich um. Die Wiese lag am Fuß eines weidigen Hügels. Dahinter am Osten erhoben sich in der Ferne felsige Bergspitzen. Die Beste ist aus dem Wald gekommen. sagte Kamei und zeigte in die Richtung. Sie hat den Zaun durchbrochen und sich direkt auf die Kugel gestürzt. Das muss sehr schnell gegangen sein, denn das Tier hatte offenbar keine Zeit mehr zu fliehen. »Nein, das war sicher kein Wolf.« »Ein Bär vielleicht«, meinte Lovias. Kamei stieß ein zersplittertes Brett mit seinen schweren Lederstiefeln an. »Wenn dann, er war ein ziemlich großer«, gab er zurück. Ihr Führer sah sich nervös um. »Nun, ihr habt alles erfahren, was ihr wissen müsst. Denkt dran, wer mir innerhalb der nächsten zehn Tage den Kopf der Bestie bringt, erhält die Belohnung. Ich wünsche euch viel Glück.« Damit machte er sich hastig aus dem Staub und ließ Andrin und die anderen zurück, ohne sich noch einmal umzublicken. 2 Kamai zeigte auf den Hügel. »Nun gut, damit wäre wohl alles klar. Die Bestie muss ihr Versteck irgendwo da drüben im Wald haben.« »Könnt ihr irgendwelche Spuren erkennen, Andrin?« fragte Lovias. Sie blickte sich um, untersuchte den Boden und den gepflegten Zaun, kletterte hinüber und ging auf der anderen Seite durch das Gras, beugte sich mal hier, mal dort. Schließlich richtete sie sich auf. »Ich denke, der Schwertmeister hat recht,« sagte sie unsicher. »Die Bestie muss von dort aus dem Wald gekommen sein.« Lovias musterte sie aufmerksam. »Aber?« fragte er. »Es ist seltsam,« gab Andrin zu. »Der zerstörte Zaun deutet auf ein großes und schweres Tier hin, das sehr schnell gerannt sein muss. Es könnte ein sehr großer Bär gewesen sein, aber ich sehe keine Fußabdrücke.« »Katzen hinterlassen kaum Fußspuren,« stellte Lovias fest. Andrin schüttelte den Kopf. »Katzen rennen aber auch nicht einfach durch Zäune.« Sie zuckte mit den Schultern. Der helle, langgezogene Schrei eines Raubvogels war zu hören. Andrin legte den Kopf in den Nacken und entdeckte Niig, der hoch am Himmel seine Kräse zog. Sie schloss die Augen, konzentrierte sich auf das Flackern in ihrem Kopf, das seine Nähe verursachte, und blendete alles andere aus. Es dauerte nicht lange, bis das vertraute Schwindelgefühl sie überkam. Und dann Freiheit. Die Wiese lag tief unter ihr, doch sie konnte jeden Grasharm erkennen, sah, wie die anderen zu ihr aufblickten, fühlte den warmen Wind unter ihren Schwingen, ein unbeschreibliches Glücksgefühl erfasste sie. Was war schöner, als so in der Luft zu schweben, frei von allen Sorgen und irdischen Bindungen. Sie stieß ein Schrei, aus der pure Lust und Lebensfreude ausdrückte. Einen Augenblick genoss sie es, eins mit Niig zu sein. Doch dann erinnerte sie sich daran, warum sie hier war, und die Freude und das Gefühl der Freiheit wurden von einer tiefen Beklemmung verdrängt. Sie flog dicht über die Baumwipfel des Hügels, suchte nach verräterischen Bewegungen des Laubs, die auf ein großes Tier hinwiesen, fand jedoch nur eine rotte Wildsau, die am Ufer eines kleinen Bachs den Boden aufhühten. Dann jedoch entdeckte sie etwas, was sie noch nie zuvor gesehen hatte. Sie stießt ein Schrei des Entsetzens aus. »Was ist mit euch?«, fragte Kamai. Er rüttelte sie an der Schulter. Andrin schlug die Augen auf. »Was?« »Ihr habt ihr Augen zugemacht und dann habt ihr plötzlich geschrien.« »Ich... Ich... Ich muss im Stehen eingeschlafen sein. Verzeiht, ich bin die ganze Nacht durchmarschiert.« Kamai blickte sie mit seinen tiefblauen Augen an. Ein warmer Schauer lief durch ihren Körper. »Hört mir zu, Andrin«, sagte er. »Ich weiß nicht, was euch zu diesem Abenteuer treibt, aber ihr solltet umkehren, bevor ihr euch ernsthaft in Gefahr begebt. Dies ist keine Aufgabe für eine schöne junge Frau wie euch. Andrin errötete. Hatte er sie gerade wirklich schön genannt? Das hatte noch nie jemand zu ihr gesagt. Sie schluckte, als sie daran dachte, was sie gerade gesehen hatte. Dann schüttelte sie den Kopf. »Nein, Herr, es geht schon. Ich... Ich bin sicher, gemeinsam können wir alle Gefahren überwinden.« Kamai's Lippen verzogen sich zu einem Grinsen und entblößten eine Reihe perfekter weißer Zähne. »Hm...« 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 »Bleibt nur dicht bei mir und mein Schwert wird euch stets zu Diensten sein.« Er zwinkerte ihr zu. Hatte er gerade eine anzügliche Bemerkung gemacht? Andrin war sich nicht sicher. Sie beschloss, es dabei zu belassen. Als sie sich von Kamai abwandte, bemerkte sie, dass auch Lovias und Mandalas sie ansahen, der eine mit einem wohlwollenden Blick, der andere mit einem Ausdruck, den sie nicht deuten konnte. Nur der riesige Morgruhl interessierte sich nicht für sie. Er saß auf dem Boden neben seiner Truhe und legte nun, da ihn sein Herr nicht mehr daran hinderte, eifrig geronnenes Blut von seinen Händen. In ihrem Hinterkopf war sich Andrin immer noch vage der Präsenz des Falkenbewusst, der weit entfernt über dem Wald kreiste. Sie kapte die Verbindung vollständig und überließ den Vogel wieder seinem Jagdinstinkt. »Was ist mit euch, alter Mann?« fragte Kamai. »Seid ihr immer noch entschlossen, ein Monster zu jagen, das ohne Schwierigkeiten ein Holzhau durchbricht und mit einem Prankenhieb eine Kuh tötet, ohne auch nur einen Fußabdruck zu hinterlassen?« »Ich habe keine Angst vor Tieren,« erwiderte Lovias. »Meiner Erfahrung nach ist die schlimmste aller Bestien der Mensch, und ich habe schon einige besonders schlimme Exemplare kennengelernt.« Kamai nickte. »Es sieht in der Tat so aus, als hättet ihr als junger Mann einige Kampferfahrungen erworben. Wart ihr im Ersten Glaubenskrieg dabei oder im Zweiten?« »In allen Fünfen, wenn ihr es genau wissen wollt!« »Und der Letzte ist wie lange her? Fünfzehn Jahre?« »Nein, es müssen siebzehn sein.« »Meint ihr nicht, in eurem Alter?« Weiter kam Kamai nicht, denn im nächsten Moment saß er auf dem Boten. Das war so schnell gegangen, dass Andrin kaum mitbekommen hatte, wie Lovias plötzlich in einer eleganten Drehbewegung sein Stab geschwungen und dem Schwertmeister buchstäblich die Beine unter dem Körper weggeschlagen hatte. Sie konnte nicht anders. Sie musste lauthals lachen. Morgul dagegen fand das gar nicht lustig. Er stieß ein fürchterliches Brüllen aus, das die Kühe am anderen Ende der Weide in Panik versetzte, sprang auf und stürzte sich auf Lovias, der dem Riesen jedoch geschickt auswich. Mochte er auch weiße Haare haben? Der hatte war flink wie ein Wiesel. Kamai rappelte sich auf, klopfte sich den Staub von der Kleidung und rief, »Genug, Morgul!« »Morgul!« brüllte der Riesel und schlug vor Frustration die Fäuste aneinander, dass es krachte. »Tut das nie wieder!« sagte der Schwertmeister in einem Tonfall, der zeigte, dass auch er die kleine Lektion kein bisschen witzig gefunden hatte. »Entschuldigt, Meister Kamai!« sagte Lovias und verbeugte sich. »Aber ich dachte mir, wenn ich euch mit Worten nicht davon überzeugen kann, dass ich durchaus auch auf mich selbst aufpassen kann, dann muss ich es wohl mit Taten beweisen!« Kamai starrte ihn fünster an, doch dann grinste er breit. »Schon gut, die Botschaft ist angekommen. Ihr seid wirklich geschickt, alter Mann. Aber übertreibt es besser nicht. Alter, schützt bekanntlich nicht vor Torheit!« »Ich werde mir euren Rat zu Herzen nehmen!« sagte Lovias und verbeugte sich noch einmal. Andrin warf einen Blick zu Mandalas, der die Auseinandersetzung wortlos verfolgt hatte. Es schien weder für Kamai noch für Lovias viel übrig zu haben, und für sie wahrscheinlich erst recht nicht. Nun gut, bei dieser Her konnte sie sich ihre Begleiter nicht aussuchen. »Ich schlage vor, wir sehen nach, ob wir im Wald vielleicht Spuren finden«, sagte sie. »Möglicherweise hat die Bestie Zweige abgebrochen oder kleine Bäume umgerannt.« »Genau wie ich vorhin schon gesagt habe«, stimmte ihr Kamai zu. »Komm, Morgul, und vergiss die Küste nicht!« »Morgul«, rief der Riese, schulterte seine Last und folgte seinem Herrn. Als sie den Waldrand erreichten, blickte sich Andrin noch einmal um. Das kleine Dorf lag friedlich in der Sonne, als könne nichts Böses das Leben seiner Bewohner stören. Der dunkle Fleck auf der Weide war von hier aus nicht mehr zu sehen. Selbst die Kühe hatten sich inzwischen beruhigt und keuten nun, wo der Riese sie nicht mehr bedrohte, genügsam wieder. Sie unterdrückte einen Seufzer, wandte sich ab und folgte den anderen in den Schatten der Bäume. Drei Sie kam gut voran, denn die dichten Kronen der hohen Eichen und Buchen ließen kaum Unterholz gedeihen. Nur hin und wieder gelangten sie in eine Lichtung, verursacht durch einen ungestürzten Baum, einen Tümpel oder Felsen. Dort wucherten Büsche und Kletterpflanzen umso heftiger. Hin und wieder beugte sich Andrin herab, untersuchte einen am Boden liegenden Ast, schob Laub zur Seite, nahm lose Steine in die Hand, betastete die Baumrinde. Sie fand tatsächlich eine Menge Spuren, Fuchskot bis Spuren an niederen Sträuchern, verletzte Rinde, wo ein junger Rehbock die Haut seines nachwachsenden Geweiß abgeschabt hatte, Gewölle, das Raubvögel ausgewirkt hatten, Wühlspuren von Wildschweinen, einen Dachsbau, sogar hin und wieder den verwitterten Abdruck einer Bärenklaue. Doch nichts deutete darauf hin, dass sie eine Bestie erlebte, die in der Lage war, einen Zaun mit solcher Wucht zu durchbrechen, wie dies auf der Weide geschehen war. Ob sie Spuren fand oder nicht, war allerdings unbedeutend, denn Andrin wusste genau, wohin sie die Gruppe führen musste, auch wenn sie davor zurückschreckte. Die Sonne stand schon tief, als sie einen kleinen Fluss erreichten, der Schmelzwasser von den Bergen ins Tal führte. Dies wäre vielleicht ein guter Ort, um ein Lager für die Nacht aufzuschlagen, sagte Kamei. Hier haben wir Frischwasser und können sogar ein Bad nehmen. Besonders frisch riecht es hier aber nicht, meinte Luvia. Tatsächlich lag der leichte, aber doch wahrnehmbare Geruch von Verwesung in der Luft. Sie folgten dem Lauf des Flusses, bis sie den Kadaver fanden. Es war ein Bär, ein gewaltiges Tier, das aufgerichtet selbst Morgrul noch überragt hätte. Einer der Graupelze, die im Gebirge lebten und sich nur selten in die Niederungen begaben. Er war schon einige Tage tot, der Kadaver aufgedunsen und von Aasfressern übel zugerichtet. Dennoch konnte man immer noch die drei parallelen Risse erkennen, die in seinem Rumpf klafften, als hätte dem Tier jemand drei Schnitte mit einem scharfen Schwert zugefügt. Was immer das angerichtet hatte, hatte den Bären aufgerissen wie eine Kastanienhülle. Schweigend standen sie da und betrachteten das Zeugnis der gewaltigen Zerstörungskraft, mit der sie es aufnehmen wollten. Andrin fragte sich, ob Kamei nicht recht hatte mit seiner Einschätzung, dass diese Aufgabe zu groß für sie war. Doch Umkehren kam nicht in Frage. Sie brauchte das Silvon, war bereit, notfalls ihr Leben dafür aufs Spiel zu setzen. Schließlich war es ihrer eigene Schuld, dass sie in diese Lage geraten war. Jetzt wissen wir jedenfalls, dass die Bestie kein Bär ist, kommentierte der Schwertmeister trocken. Ich habe Bären gegeneinander kämpfen sehen, aber keiner würde dem anderen jemals so etwas antun. Ihr habt recht, stimmte ihm Lovias zu. Für mich sieht es so aus, als seien ihm diese drei parallelen Schnitte dort mit einem einzigen Prankenhieb zugefügt worden. Welches Tier hat derart gewaltige Pranken? fragte Kamei. Ich fürchte, das werden wir noch herausfinden, gab Lovias zurück. Ein Drache vielleicht? schlug Andrin vor. Kamei zu Gane Augenbraue hoch. Ihr glaubt doch nicht, das waren solche Fabelwesen. Eigentlich nicht, gab Andrin zu. Andererseits hätte ich bis heute auch nicht geglaubt, dass es ein Wesen gibt, das einen Graubhels mit einem einzigen Schlag töten kann. Wenn die Gelehrten die Knochenfunde richtig deuten, die in den südlichen Ödländen gemacht wurden, dann muss es vor langer Zeit einmal Drachen gegeben haben, hatte Lovias ein. Aber ich gebe zu, auch mir erscheint diese Hypothese sehr weit hergeholt. Wenn an den alten Legenden etwas Wahres sein sollte und sich tatsächlich einer der letzten Drachen hierher verirrt hätte, dann hätte ihn sicher jemand gesehen. »Was meint ihr dazu, schweigsamer Freund?«, fand sie sich Kamei an Mandalas. »Ich beteilige mich nicht in Spekulation.«, gab dieser zurück. »Wenn wir die Bestie finden, werden wir sehen, womit wir es zu tun haben.« Kamei nickte, als hätte er nichts anderes erwartet. Sie folgten dem Flussstrom aufwärts, bis sie weit genug von dem Kadaver entfernt waren, um ihn weder sehen noch riechen zu müssen. Dort schlugen sie ihr Lager auf. Lovias trug trockenes Heut zusammen, das nah dem Flussbett reichlich zu finden war. Während der Schneeschmelze musste der nun gemächlich der hinplätschende Fluss zu einem reißenden Strom anschwellen, der Äste und entwurzelte Bäume mit sich rissen auf seinem Weg ins Tal zermalmte. Währenddessen kramte Kamei in der großen Kiste, die Morgruhl mitgeschleppt hatte, und zerrte Stoffbahnen daraus hervor, deren Sinn sich Andrin nicht erschloss. »Ich kümmere mich ums Abendessen«, sagte sie und nahm ihren Bogen von der Schulter. »Geht nicht so weit fort, sonst erwischt euch noch die Bestie«, rief Kamei. Er grinste dabei, doch Andrin lief ein eisiger Schauer über den Rücken. Als sie eine halbe Stunde später bei Einbruch der Dämmerung mit zwei Hasen zum Lager zurückkehrte, fand sie zu ihrer Verblüffung eine Hütte vor. Sie hatte rot-weiß gestreifte Wände aus Stoff, ein Vorhang als Tür und sogar ein Fenster, das mit dünnem, halbdurchsichtigem Netz bespannt war. Morgruhl saß vor diesem Gebilde neben der großen Truhe und stocherte mit seinem Zweig in seinen schiefen Zähnen. Kamei trat aus der Stoffhütte. »Ich sehe, ihr hattet ja Glück. Wie erfreulich!« »Ihr habt ein Haus dabei?«, fragte Andrin. »Das nennt man ein Zelt«, erklärte Kamei. »Es ist ungeheuer praktisch, wenn man in der Wildnis unterwegs ist. Wie ihr seht, ist es in kurzer Zeit aufgebaut und leicht zu transportieren.« Andrin warf einen skeptischen Blick auf die riesige Kiste. Leicht war wohl nicht ganz der richtige Ausdruck, außer man hatte zufällig einen Riesen als Begleiter. »Wollt ihr es euch einmal von innen ansehen?« »Warum nicht?« Neugierig folgte Andrin dem Schwertmeister, der den Vorhang beiseite schob. Das Innere des Zeltes war erstaunlich geräumig. Es maß zwei Schritte im Quadrat und war hoch genug, dass man darin stehen konnte. Auf dem Boden befand sich ein Lager aus Kissen und Pilzen. An einer Seite stand ein kleiner Tisch, der offenbar zusammengeklappt werden konnte mit einer Schüssel voller Flusswasser und einer blanken, silbern glänzenden Metallscheibe, die schräg auf einem kleinen Ständer stand. Neugierig betrachtete Andrin die Scheibe. Als sie sich vorbeugte, erschrak sie. Ein Gesicht blickte ihr daraus entgegen. Sie zuckte zurück. »Habt ihr noch nie euer eigenes Gesicht gesehen?« fragte Kamei. »Doch.« Andrin hatte sich selbst schon oft genug betrachtet. Doch es war stets durch fremde Augen gewesen, Tieraugen, die die Welt verzerrt und in falschen Farben wiedergaben. Nun aber erblickte sie sich zum ersten Mal so, wie andere Menschen sie sahen. »Dann ist es sehr gut«, sagte Kamei und trat dicht hinter sie. »Ich hatte schon befürchtet, ihr wüsstet vielleicht gar nicht, wie schön ihr seid.« Sie fuhr herum. Kamei stand so dicht vor ihr, dass sie die Wärme seines muskulösen Körpers spüren und einen leichten, süßlichen Duft riechen konnte. Er erinnerte sie an das kostbare Öl, mit dem ein fahrender Händler einmal ein Tuch ihrer Mutter benetzt hatte, als Gegenleistung für die Reparatur eines gebrochenen Wagenrads durch ihren Vater. Ein Duft wie von seltsamen Blumen. Ein Hauch von fremden Ländern. »Wisst ihr, was noch ein weiterer Vorteil so eines Zeltes ist?« sagte Kamei und grinste. »Man ist vollkommen für sich. Mugrul wird dafür sorgen, dass wir nicht gestört werden.« Er fixierte sie mit seinen blauen Augen und beugte sich vor, die Lippen leicht geöffnet. Erschrocken machte sie einen Schritt zurück und stieß dabei gegen den Klapptisch, der polternd umfiel. Die Schüssel stürzte zu Boden und ergoss ihren Inhalt über Kameis Nachtlager. Auch der Spiegel viel herablandete aber zum Glück auf einem der Kissen. »Ihr Tollpatsch!« rief Kamei aus. »Bin ich denn so abstoßend, dass ihr von mir die Flucht ergreift und mein Nachtlager ruinieren müsst?« »Nein! Verzeigt mir bitte her, ich...« stammelte Andrin, die nun knallrot angelaufen war und verzweifelt versuchte, den Tisch wieder aufzurichten und das Chaos, das sie angerichtet hatte, in Ordnung zu bringen. »Schon gut. Ich war vielleicht etwas so ungestüm.« Gab Kamei zu. »Ich gebe zu, ihr weckten mir Gefühle, wie ich sie noch selten beim Anblick einer Frau gespürt habe.« Wenn diese Worte Andrin beruhigen sollten, verfehlten sie ihre Wirkung. Die Vorstellung, dass Kamei sie auf jene Art begehrte, war ihr unangenehm, obwohl sie sich gleichzeitig auch noch nie zuvor erlebte Weise von ihm angezogen fühlte. Etwas war in ihr erwacht, ein Gefühl, das sie in vielen Tieren gespürt, doch bis jetzt als Mensch noch nie empfunden hatte. Etwas zutiefst Animalisches, fast schon Dämonisches, das die Kontrolle über sie zu übernehmen drohte, erschreckend und verlockend zugleich. So oft sie auch versuchte, den verflixten Tisch aufzurichten, es klappte immer wieder zusammen. Kamei sah er eine Weile zu, dann beugte er sich über sie. »Seht mal, ihr müsst diesen Holm dort in die Nut einrasten, dann ist es ganz leicht«, sagte er seine Wange so dicht an ihrem Ohr, dass sein Atem ihr eine Gänsehaut verursachte. Sie schloss die Augen, versuchte die aufkamenden Gefühle niederzuringen. Unbewusst suchte sie den geistigen Kontakt zu ihrem Falken. Niig saß auf einem Ast nicht weit entfernt und betrachtete den Boden unter sich, eher gelangweilt als aufmerksam. Sie spürte, dass er vor kurzem gefressen hatte. Der metallische Geschmack von Taubenblut, abstoßend und angenehm zugleich, lag auf ihrer Zunge. Das Herz des Vogels pochte im schnellen Takt, schneller noch als ihr eigenes. Danach half ihr die Verbindung, sich zu beruhigen. Sie spürte eine Berührung und löste sich rasch von Niigs Vogelbewusstsein. Kamai hatte einen Arm um sie gelegt, seine große Hand ruhte auf ihrer Brust. Belangsam wie ein Raubtier auf der Pirsch tasteten sich seine Finger zu den Lederschnüren, mit denen ihre Jacke verschlossen war. Ein Teil von Andrin wollte, dass er weitermachte, die Schnüre löste, dass seine Hand eindrang in den barmen Zwischenraum zwischen der Jacke und dem dünnen Stoff ihres Hemdes darunter. Doch sie bezwang den Dämon. »Verzeiht, aber ich muss mich um das Abendessen kümmern«, sagte sie und entwand sich seinem Griff, wobei sie darauf achtete, den Tisch nicht wieder umzuwerfen. Er versuchte nicht, sie aufzuhalten. »Ihr seid wie ein scheues Reh«, sagte er und grinste. »Aber glaubt mir, ich bin ein guter Jäger und wenn ich einmal mein Auge auf eine Beute gerichtet habe, dann gebe ich nicht auf, bis ich sie erlegt habe. »Vielleicht solltet ihr lieber die Bestie jagen als mich«, erwiderte sie und schlüpfte ohne eine Erwiderung abzuwarten aus dem Zelt. »Geht es euch gut?«, fragte Lovias, der neben dem Lagerfeuer saß. »Wir hörten ein Poltern!« Andrin lief zum vierten Mal an diesem Tag rot an. »Ich, äh, war ungeschickt und habe einen Tisch umgeworfen«, sagte sie. »Ungeschickt«, wiederholte Lovias, so als habe sie gerade behauptet, fliegen zu können. Aber er beließ es dabei. Mandalas saß auf der anderen Seite des Feuers. Das Licht der Flammen spiegelte sich in seinen Augen. Wie üblich schwieg er, doch in seinem Blick schien Missbilligung zu liegen. Andrin machte sich daran, die Hasen zu häuten, auszunehmen und auf Stöcke zu spießen, sodass sie sie über dem Feuer braten konnten. Kurz darauf erfüllte der Duft gebratenen Fleisches die Luft. Zu ihrer Überraschung erhob sich Mandalas, Mandalas krammte einen kleinen Beutel aus dem Stoffbündel, das neben ihm lag und kam zu ihr. »Darf ich euch etwas zeigen?« fragte er und öffnete den Beutel. Andrin sah ihn verständnislos an. »Was ist das?« Er hielt ihr das Säckchen hin. »Riecht daran, aber seid vorsichtig, es reizt die Nase.« Sie hielt es vors Gesicht und sog die Luft ein. Im nächsten Moment musste sie heftig niesen. Der fremdeartige, scharfe Geruch brannte und kribbelte in der Nase. Mandalas lächelte. »Ich schon sagte, es reizt die Nase, aber euer Gaumen wird es lieben.« »Was ist das?« fragte sie. »Ein Gewürz aus den Südlanden. Man nennt es Pfeffer. Eine kleine Prise davon gibt eurem Hasen ein herzhaftes Aroma. Ihr werdet sehen.« »Wenn ihr meint.« Sie hielt ihm ein der Stöcke mit geröstetem Fleisch hin. Mandalas derrieb einige der runden Körner aus dem Beuter und streute das Gewürz über das Fleisch. »Kostet«, forderte er sie auf. Um ihm ein Gefallen zu tun, nahm Andrin vorsichtig ein Bissen von dem Fleisch. Sie erwartete, dass das scharfe Gewürz im Mund ähnlich unangenehme Empfindungen aussösen würde wie in der Nase. Umso überraschter war sie, als ihr Gaumen das fremdartige, reichhaltige Aroma spürte, das sich auf wunderbare Weise mit dem zarten, knusprig gebratenen Fleisch des Hasen verbannt. »Es. Es ist köstlich«, rief sie aus. »Möchtet ihr auch etwas?«, fragte Mandalas Kamai, der sich gerade mit einem Messer ein Stück von dem zweiten Hasen abschnitt. »Nein, danke«, sagte dieser. »Wer weiß, was euer Kraut für Nebenwirkungen hat. Ich brauche meine Sinne noch.« »Wert versichert, dass Pfeffer euch nicht schadet«, sagte Mandalas. »Die Heiler im Süden verwenden ihn, um manches Laien zu kurieren. Pfeffersud kann auch benutzt werden, um Wunden zu reinigen.« »Und ihr glaubt, ich möchte ein Mittel zur Wundreinigung in meinem Essen haben?«, fragte Kamai. »Besten Dank, aber ich verzichte.« »Wie ihr meint.« »Ihr solltet es wirklich kosten«, sagte Andrin. »Ich habe noch nie einen so wohlschmeckenden Hasen gegessen.« Kamai warf ihr einen Blick zu, in dem Enttäuschung zu liegen schien, sagte jedoch nichts. Lovias lehnte ebenfalls ab. »Ich kenne Pfeffer von meinen Reisen in den Süden und weiß um seine wohltuende Wirkung«, sagte er. »Doch ich bevorzuge den milden, natürlichen Geschmack. Ohnehin esse ich wenig Fleisch.« Er hielt eine wilde Karotte hoch, die er am Flussufer ausgegraben hatte. Ganz wie er wollte. Mandala schnitt sich ein Stück von dem Hasen ab, während Andrin zu dem Riesen hinüber sah, der immer noch vor dem Zett saß. Einen ganzen Hasen würde er in zwei Bissen herunterschlingen. Er wurde klar, dass sie besser noch ein oder zwei weitere Tiere hätte erlegen sollen. Sie stand auf, um Morgru etwas von dem Fleisch anzubieten, doch Kamai winkte ab. »Lasst nur. Das ist viel zu schade für ihn. Ich kümmere mich gleich um sein Essen.« Nachdem sie die Mahlzeit beendet hatten, stand Kamai auf, ging zu der Truhe vor seinem Zelt und holte einen halbverfolgten Kohlkopf sowie einen leibschimmeligen Brotes hervor. Er warf sie dem Riesen vor die Füße, der begeistert »Morgul« rief und beides gierig in seinen großen Mund stopfte. Andrin wurde übel bei dem Anblick. Kamai kam mit einer Glasflasche und mehreren ineinandergestapelten Bechern aus Zinn zum Lagerfeuer zurück. »Ich denke, um den Beginn unseres gemeinsamen Abenteus zu feiern, haben wir uns einen Schluck verdient«, sagte er und schenkte einen Becher ein. »Meint ihr nicht?« »Für mich nicht«, sagte Lovias. »Ich trinke keinen Alkohol.« »Was denn? Verstößt das etwa gegen euren Glauben?« »Das nicht, aber ich habe dem Wein vor langer Zeit abgeschworen.« Die Art, wie er es sagte, deutete darauf hin, dass mit diesem Schwur unangenehme Erinnerungen verbunden waren. »Und ihr, Kräutermischer?« Mandalas musterte ihn mit undurchdringlichem Blick, bevor er antwortete, »Wein hat definitiv unangenehme Nebenwirkungen.« »Und ihr schon sagtet, das ist alles eine Frage der richtigen Dosis«, meinte Kamai, bevor er den Becher Andrin hinhielt. »Aber ihr werdet mir doch hoffentlich die Freude machen und mit mir auf den Erfolg unserer Jagd trinken, schöne Jungfrau.« Andrin machte sich nicht viel aus Wein. Sie hatte einmal beim Erntedankfest davon gekostet und nicht nachvollziehen können, wieso jemand dieses saure Gebräu, von dem ein schwindelig wurde und das am nächsten Tag heftige Kopfschmerzen verursachte, freiwillig zu sich nahm. Doch sie wollte Kamai nicht schon wieder enttäuschen, also nickte sie und nahm den Becher an. Er lächelte breit, schenkte sich selbst ein, nickte ihr zu und leerte seinen Becher in einem Zug. Als Andrin an ihrem Wein nippte, merkte sie sofort, dass dieses Getränk etwas ganz anderes war, als das, was damals in ihrem Dorf herumgereicht worden war. Es war nicht hellgrün, sondern dunkelrot, süß und bitter zugleich, voll von schweren, würzigen Aromen. Als sie die Flüssigkeit herunterschluckte, breitete sich eine angenehme Wärme in ihr aus. Sie nahm noch einen Schluck, dann lächelte sie Kamai zu und sagte, euer Wein ist wirklich sehr gut. Er grinste, wenigstens eine, die Sinn für die Schönheit des Lebens hat. Andrin starrte in das flackernde Feuer. Die Luft war kühl, aber nicht unangenehm. Insekten summten in der Luft und ein Frosch quakte nicht weit entfernt. Der Wein tat ein Übriges, um ihr ein angenehmes Gefühl zu vermitteln. Für einen Augenblick konnte sie beinahe vergessen, warum sie hier war. Erzählt mir von euch, schöne Andrin, sagte Kamai nach einem Augenblick des Schweigens, als hätte er ihre Gedanken gelesen. Sie sah ihn halb überrascht, halb peinlich berührt an. Von mir? Da gibt es nicht viel zu erzählen. Ich habe mein Hammertorf kaum je verlassen, war erst einmal in Eichenfurt. Ich bin nicht wie ihr, der ferne Länder bereist hat. Ich glaube, ihr habt viel Interessanteres über euch zu erzählen, Herr Kamai. Meint ihr wirklich? Kamai tat, als wäre er sich da nicht sicher, aber sie konnte sehen, dass er sich geschmachiert fühlte. Wollt ihr uns nicht erzählen, wie es dazu kam, dass ihr einen Riesenheitsbegleiter fandet? Na schön, erwiderte Kamai. Wenn ihr die Geschichte unbedingt hören wollt, will ich sie euch nicht vorenthalten. Ich bin nicht vorenthalten. Das war die Fährtenleserin von Karl Oldsberg Gelesen von Kathi Winter Musik von Karl Oldsberg Gelesen von Karl Oldsberg Gelesen von Karl Oldsberg Gelesen von Karl Oldsberg Gelesen von Karl Oldsberg